Ja, wir wollen es ja mit Zahlen. Man nimmt die Zahlen zueinander. Wenn sie stattfindet, kommt es kaum. Lüge doch mal auf der Nachhinein. Und er weiß, dass du damit alles verändern kannst. Und denk doch an, wer was bewegen will, wenn bei sich selber an. Bei sich selber, bei sich selber. Diese Welt ist so reich, so grenzenlos weit. Und hat so viel in meinen Augen zu bieten. Aber immer noch essen wir täglich Fleisch. Und das, sowohl wir uns, verhaust ihre Lieben. Doch vielleicht bist du ja wie ich einander wenigen. Die sagen, was sie, was sie kommen und kein Leben nennen. Die darauf achten, merken, kaum sie tätigen. Und versuchen damit etwas zu bewegen. Denn so bewegen wir als Menschen nicht die Aufgabe, Tieren zu helfen. Man stoppt es zu tun, um dir was zu verändern. Verarbeiten wir sie zu pflanzen. Hören nicht auf, unsere Medikamente an ihnen zu testen. Und wieder geht sinnlos ein Leben zu Ende. Oder wer für die Forschung missbraucht. Ich glaub, damit sich was verbessert, muss man einfach bei sich selbst anfangen. Und denk dran, es ist Blödsinn, dass ein Einzelner nichts ändern kann. Und halt der Wahnsinn.